BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Der August neigt sich dem Ende zu und das Transferkarussell, das dreht sich weiter. Wir haben auch ein paar Fahrscheine und jetzt darf ich euch einen weiteren Neuzugang präsentieren. Er sitzt neben mir. Jeremy Tollian, erst einmal herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Und die erste Frage, an der ich natürlich nicht vorbeikomme, warum hast du dich für Borussia Dortmund entschieden? Es sollen ja auch angeblich andere große Vereine mit im Rennen gewesen sein. Ja, ich denke, Dortmund ist selber ein Riesenverein. Gerade wenn man sieht, was für Spiele hier spielen und auch viele junge Spieler, wie gut sich die Spieler hier alle entwickeln können. Dazu unfassbare Fans, unfassbar Stadion. Ich denke, einmal im Jahr ist da immer ein Feiertag, wenn man da spielen darf. Und jetzt natürlich auch häufiger. Darauf freue ich mich und deswegen denke ich, dass das der richtige Schritt für mich ist. Wann gab es den ersten Kontakt zum BVB? Ja, der war, glaube ich, schon länger da, so ein bisschen immer da. Klar bist du dann so zum Algebrauch, kommt raus ja immer so ein bisschen. Aber so während der EM gab es so den Kontakt und dann war ich relativ schnell begeistert davon. Und jetzt bin ich hier. Das ist schön. Du hast unterschrieben, bis 2022 langfristiger Vertrag. Wo, glaubst du, hast du noch Steigerungspotenzial? Ja, in fast allen Dingen. Ich glaube, als Spieler lernt man nie aus. Ich muss auf jeden Fall eine Konstanz in mein Spiel bekommen. Jetzt versuchen auch hier, klar durch das Training mit den Superspielern hier, mein Niveau zu steigern und dauerhaft eben zu zeigen. Und ich glaube, ich kann das schaffen. Deswegen bin ich hier, will das schaffen und das gebe ich alles.